Bäm. Hat's... Ich glaub's hat grad gelegt. Aber egal, das machen wir jetzt hier kurz, weil das ist der Hammer. Das hier ist ziemlich genial gemacht. Okay, okay, Abgang, 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 schnell. Jetzt müsst ihr zuschauen. Jetzt macht's Bäm. Es war absolut unrealistisch, aber egal, es ist geil. Die Tür ist jetzt auf und wir können hier durch. Oh nein, jetzt kommt... Nein! Verdammt. Wow, wow! Voll ins Knie. Bäm, bäm, bäm. Headshot. Okay. Geh sterben, Penner! Wow! Gesterben, Penner! Gesterben, Penner! Gesterben, Penner! Gester... Oh, ich sollte auch treffen. Okay, wir gehen jetzt oben die Waffe holen. Und dann haben wir eigentlich leichtes Spiel. Vorausgesetzt, hier oben ist nicht nochmal so ein behindertes... ...Mongo-Kind. Wow! Wow, 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 wow. Scheiße, scheiße. Ach, wir haben einen MG, das reicht vollkommen. Wow! Okay. Etwas taktisch sollte ich schon noch vorgehen. So, einer weniger. Zwei weniger. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Action. Rambo! So. Die muss auch noch kaputt gehen. Ah, ha, ha. Und die auch. Bäm. 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 Okay, genug. Der blöde Line. Und wir gehen in den Lift. Und ich mach kurz in meinem Zimmer Licht. Das ich jetzt getan hab. Und wir warten. Und ich wollte jetzt gerade einen Schluck Wasser nehmen, aber nein. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten. Aha. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verwichtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors zur Flucht verholfen hat. Ach so. Bevor es weitergeht, ganz kurz Pause. Geh gleich weiter. Und es geht weiter. Wieder eine Pause von weniger als einer Sekunde war das. Einfach um die Aufnahme zu resetten. Oh, oh, oh. Leck. Oh. Ah ja, stimmt. Das hier ist auch ziemlich geil. Katze ihn darum. Gute Rolle. Durchsuchen. Erschießen sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das ihre Leute? Nein, die sind von PK. Pirandello Kruger. Privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich rausgestellt, dass sie einen Insider hatten. Roe Byrne? Ja. Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Ja, ja. Ganz. Ganz ruhig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist auch die Hölle. Das war richtig scheiße. Ja, okay. Jetzt habe ich es eigentlich verkackt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bam, alter. Gefickt, ey. Okay, und jetzt schnell. 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 Schneller. 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 Jetzt mache ich hier auf. Und jetzt kommen wieder welche. Der Lift klemmt und ich... Idiot. Bewegung, Bewegung. Wow. Wer schießt denn da? Ah, wach. Schneller. Nein. Nein, 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 nein. Huh. Oh mein Gott. 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 Jetzt kann ich aber einen Schluck Wasser trinken. Ach so. So. Das tat gut. Aha. Nice. Cool. Sehr schön. Schade. Schön. Herrlich. Warum könnt ihr nicht einfach Ruhe geben? So, wo ging es denn hier gleich heute? Hören Sie mich. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Ups. Ups. Das war nicht der Plan. Du sollst springen. Genau. Dankeschön. Jetzt hier runter. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können Sie die Kerle abschütteln. Okay. Was ich die ganze Zeit sagen wollte, auf schwer, war das, was ich gerade gemacht habe. Nochmal um einiges schwerer. Super. Gut. Oh, das ist übel. Jetzt muss man hier punktgenau zu weit. Nein, nicht... What? Me is so fucking great, awesome. Me is so awesome, awesome man. Mein Name ist Awesome Man. Ich sollte in Mega Man vorkommen. Als Awesome Man. Leider bin ich unbesiegbar. Darum heiße ich auch awesome, man. Egal. Ähm. 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 Gut, jetzt hier so entlang schleichen. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen, Fade. Nicht nach unten sehen. Du hast nach unten gesehen. Ah! Schlecht. Äh. Ähm. Ähm. Aha. Okay. Ach, zum Glück spiele ich das auf normal. Auf schwer hätte ich hier schon 20.000 Mal versagt. Okay, das hier ist auch... Das hier ist einer der geilsten Stellen. Okay, gut. Wow. Darum kann ich sie auch so gut, wollte ich gerade sagen. Ups. Sass ich hier hoch? So. Verdammte Kacke bin ich. Das war jetzt richtig nice. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Was zum... Ach, ich bin runtergefallen. Ich hab schon gedacht, ich muss sterben. Falscher Weg. Hier geht's lang. Ein Mirrors-Edge-Symbole. Da ist der Koffer sicher hier. Hier geht's sicher irgendwo hoch, oder? Das ist der richtige Weg, oder? Ja, das ist der richtige Weg. Ich will zuerst zum Koffer. Der Koffer ist jetzt leider auf der anderen Seite. Moment, irgendwie kann ich... Kann ich nicht rollen? Ich will rollen. Irgendwie kann ich rollen. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Was zur Hölle? Wohoho, bin ich gut. Du salzt hier hoch. Was? Where is November? Ernsthaft? Woher soll ich das wissen, wo November ist? Es ist halt da, wo Dezember nicht ist. Oder Januar, oder so. Where is November? Keine Ahnung, Kollege. So, jetzt machen wir aber weiter hier. Wir wollen... Hallo? Ah. Wir wollen... Das letzte Level und somit... Das letzte Level abschließen und somit auch dieses... Let's Play. Und ja... Ich weiß gar noch nicht, wie's... Ach, was rede ich jetzt schon darüber? Zuerst das Spiel abschließen, dann kann ich labern, was ich als nächstes mache. Ähm, wo geht's hin? Hier. Okay, ähm... Jetzt haben wir... Nein, Moment. Ja, jetzt haben wir etwa die Hälfte. Oh. Ja, die Stelle. Die Stelle. Ich hasse sie. Aber wenn man sie richtig macht, dann ist sie ganz einfach. Aber ja, ihr wisst, wenn man sie richtig macht... Was ich ja bekanntlich nicht kann.